Sportschütze und Goldmedaillengewinner von Rio Patrick Junghänsel entflammte das Olympische Feuer im Kurhaus in Wiesbaden und eröffnete somit symbolisch die 15. Olympische Ballnacht des Landessportbundes Hessen. Rund 2100 Gäste, darunter viele Medaillengewinner von Rio, aber auch ehemalige Spitzensportler und Vertreter der Politik feierten unter dem diesjährigen Motto Sport grenzenlos und ehrte die Sportler des Jahres. Newcomerin des Jahres wurde Sprinterin Lisa Meyer. Im Olympischen Halbfinale und mit der Staffel Bronze bei der EM und vierte in Rio. Der Stern der 20-Jährigen fing in diesem Jahr so richtig an zu strahlen. Und somit gibt der Sport der jungen Athletin auch sehr viel für ihr Leben. Ja, der Sport hat glaube ich den größten Teil in meinem Leben eingenommen und wie ich eben schon gesagt hatte, man erlebt so viele unglaublich schöne Sachen durch den Sport. Ob es Menschen sind, die man kennenlernt oder Länder, die man bereist. Also das ist der wichtigste Teil in meinem Leben. Und wenn man das so bravouros meistert, ist das schon echt schön. Natürlich wurden wie in jedem Jahr die Gäste nicht nur durch Ehrungen, sondern auch durch ein interessantes Showprogramm unterhalten. Der Titel Behindertensportler des Jahres ging an Natascha Hiltrop. Die Schützin holte bei den Paralympischen Spielen die Silbermedaille und ist bereits im letzten Jahr zu Behindertensportlerin des Jahres gewählt worden. Und hat damit ihren Titel verteidigt, was sie durchaus stolz macht. Ja, ich freue mich riesig und bin auch sehr dankbar, dass ich das gewonnen habe. Und es ist auch so eine Anerkennung für die Leistung, die ich erbracht habe. Und das freut mich natürlich sehr. Zur Mannschaft des Jahres wurden die deutschen Fußballerinnen gewählt, die am Zuckerhut bekanntlicherweise die Goldmedaille gewonnen haben. Und das mit starker Frankfurter Unterstützung. Kapitänin Saskia Bartusiak war nicht nur über die Auszeichnung überrascht. Es ist einfach eine große Ehre. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, die Einladung bekommen zu haben, hierher kommen zu dürfen, weil ich war noch nie vorher hier. Und es gibt es jetzt, glaube ich, schon zum 15. Mal. Von daher war ich total gespannt. Und bislang bin ich super begeistert von dem gesamten Abend. Und natürlich ist es schön, wenn man einen Preis stellvertretend für die gesamte Mannschaft natürlich dann auch entgegennehmen darf. Sportlerin des Jahres wurde Dorothee Schneider. Die Dressurreiterin gewann mit der Mannschaft olympisches Gold. Die Auszeichnung in Wiesbaden war die Krönung eines überaus erfolgreichen Jahres für die Reiterin. Das ist eine ganz, ganz besondere Auszeichnung. Also natürlich für mich persönlich und auch für den deutschen Dressurreitsport. Und ich bin mächtig stolz, hier heute auf der Bühne gewesen zu sein und diesen Preis entgegenzunehmen. Eine ganz emotionale Sache für mich. Dann war im Kurhaus in Wiesbaden die Zeit der Familie Hambüchen gekommen. Vater Wolfgang wurde zum Trainer des Jahres und Fabian zum Sportler des Jahres geehrt. Gold im olympischen Rec-Finale. Und das mit dem letzten großen Wettkampf seiner Karriere. Somit hatte diese Auszeichnung auch etwas Nostalgisches. Emotional halt auch für uns natürlich. Ich meine, Trainer des Jahres, Sportler des Jahres ist jetzt noch. Die ganze Situation, dass die Karriere beendet ist. Für mich und für meinen Vater natürlich ein neuer Lebensabschnitt, der jetzt beginnt. Also insofern war es schon ein verrückter Abend irgendwie. Bei der Ehrung auf der Bühne merken die Gäste im Saal, dass ein besonderes Verhältnis zwischen Fabian Hambüchen und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier besteht. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ich da zehn war oder zwölf oder irgendwas. Aber ganz früh, als es dann bei mir losging mit meinen ersten internationalen Erfolgen, war er damals der Sinnminister natürlich an unserer Seite und hat uns da unterstützt, egal was kam. Und er ist auch wirklich ein Mensch, der die Gespräche sucht, den Kontakt zu seinen Sportlern auch sucht und auch probiert, was zu ändern. Er ist keiner, der immer nur rumschwätzt und nichts daraus macht, sondern er hat sich wirklich immer um uns bemüht, stand immer hinter uns. Und daher haben wir eine ganz enge Bindung schon seit über einem Jahrzehnt jetzt. Hessen kann stolz sein auf seine Sportler, denn gerade im Olympischen Jahr waren unsere Spitzenathleten top und haben etliche Erfolge und auch einiges Gold mit zurück in die Heimat gebracht.